Hallo, was geht? Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben bis jetzt Markus 8, 1 bis 10 gelesen, wo wir die Speisung der 4000 Menschen gelesen haben. Nicht zu verwechseln mit der Speise der 5000 Menschen. Aber hier haben wir gelernt, dass die Jünger immer mal wieder erinnert werden müssen, was Jesus eigentlich kann. Und ich habe daraus gezogen, dass wir uns auch daran erinnern müssten, was Gott alles für uns tut. Und dann steigen wir ein heute ab Vers 11. Als die Pariser hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam und forderten, gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel. Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte, warum verlangt ihr unentwegt Zeichen? Ich versichere euch, niemals wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr über den See zum anderen Ufer. Wir sehen jetzt schon in den letzten Kapiteln, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, die eigentlich das Wort kennen, die kennen die Schrift auswendig, viel, viel besser, als wir Christen es heutzutage können. Also wir haben unsere Bibel-App vielleicht auf dem Handy, den wir einmal im Jahr öffnen. Aber wir kennen die Schrift nicht mehr auswendig, obwohl das so gut wäre, wenn wir das könnten. Es ist kein Muss. Also Jesus hat nie gesagt, lernt die Schrift auswendig, sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Aber es gibt genug Bibelferse, die sagen, hey, denkt den ganzen Tag über meine Worte, denkt den ganzen Tag über die Schrift nach. Und rein theoretisch sollten wir, und das wäre so viel besser, wenn wir diese Schrift auswendig lernen würden. Nicht, um es auswendig zu können, also einfach nur um vorzutragen, sondern dass das in unserem Gehirn, dass wir uns da die ganze Zeit dran erinnern. Kurze Zusammenfassung, was hier gerade passiert ist, Jesus wurde von Pharisäern befragt oder getestet, sozusagen. Hey, wenn du doch von Gott gesandt bist, so, dann zeig uns ein Zeichen vom Himmel. Und das ist ja, ist ja erstmal, ist ja nicht das Schlimmste eigentlich, um zu fragen, hey Gott, zeig mir etwas. Aber das Ding ist ja immer die Herzenshaltung. Und die Herzenshaltung der Pharisäer ist, auch wenn ein Zeichen vom Himmel kommen würde, und das geht es uns meistens ja auch, auch wenn wir ein Zeichen sehen werden, was wir häufig sehen, also wir sehen Wunder und alles, die wir aber dann mit irgendwas anderes, äh, ähm, ja, erklären wollen. Und genauso wäre das mit den Pharisäern auch gewesen. Sie haben ein verstocktes Herz, sie haben sozusagen ihre Antwort schon, ähm, ah, das ist eh nur ein Irrlehrer, bla bla bla, der ist sowas von unwichtig, zeig uns doch, was du kannst. Und deshalb, ja, möchte er gar nicht auf ihren Forderungen eingehen. Aber Jesus geht auch später nochmal drauf ein, und deshalb lesen wir jetzt weiter. Vers 14. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen, sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht, was mit den 5000 Männern, die ich mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? 12, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4000 Menschen mit 7 Broten gestellt habe, wie viele Körbe mit Reste habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten, sieben. Da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht? Jesus ist immer mal wieder hart zu seinen Jüngern. Und wir sehen wirklich so seinen Charakter, der Charakter von Jesus ist, er ist wirklich liebevoll zu diesen Menschen, die Hilfe brauchen, die krank sind, die bedürftigen und die Gott suchen. Er ist ein bisschen abweisender zu denen, die es eigentlich wissen sollten, aber ein Problem damit haben und es ablehnen. Und er ist aber auch sehr streng zu denen, die auch angenommen haben, aber trotzdem noch in ihrem eigenen Denken gefallen, gefangen sind und sich nicht ganz auf Gott verlassen. Wir können das natürlich auch sehen, wenn Eltern mit den Kindern ein bisschen härter umgehen, heißt nicht, dass sie weniger lieben. Sie lieben sie ja eigentlich am meisten, aber eine strenge Erziehung ist meistens einfach gut, damit sie wachsen. Und ich glaube, genau das ist das, was Jesus auch tut. Jesus erzieht seine Jünger. Aber gehen wir ein bisschen darauf ein, was er hier gesagt hat. Also erstmal sehen wir, als sie auf dem Boot waren, haben die Jünger wieder nur darüber nachgedacht, hey, wir haben gar nicht genug zu essen. Obwohl sie zwei riesengroße Beispiele an Wunder gesehen haben, dass es niemals an Essen mangeln wird. Wenn Jesus da ist, dann wird es niemals an Essen mangeln. Also macht euch keine Sorgen. Ihr könnt zu Gott, ihr könnt zu Jesus gehen und vielleicht fragen, hey, kannst du aus diesem Brot vier Brote machen oder sowas. Das ist so ein, ich weiß nämlich, dass du es kannst. Im Vergleich zu, hm, wir haben nur ein Brot, was machen wir jetzt? Obwohl Jesus direkt daneben ist. Aber was Jesus, wo Jesus eigentlich drauf eingehen möchte, ist auf die Pharisäer und den Teil davor. Und zwar sagt er, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Der Sauerteig steht hier für ansteckendes Fehlverhalten oder ansteckende Irrlehre. Das sich langsam und still verbreitet und alles beeinflusst, womit es in Berührung kommt. Also, Heuschelei, krampfhaftes Halten an Ritualen und diese Weltlichkeit. Das ist etwas, was sich verbreiten könnte und wo Jesus vorwarnt. Und weiterhin fragt er die Jünger so, hey, ihr habt doch Ohren und ihr habt doch Augen zu hören und zu sehen. So, warum macht ihr das nicht? Und natürlich meint Jesus das nicht physisch gesehen, weil die Pharisäer haben auch Augen und Ohren, außer die Leute, die keine Augen und Ohren haben. Aber im Allgemeinen haben sie doch Augen und Ohren. Also, worum geht es hier? Und wenn Jesus von Augen und Ohren redet, dann geht es wieder um eine Herzenshaltung und die Gabe, die nicht jeder hat. Also, wir, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben Ohren und Augen in diesem Beispiel. Auch wenn wir Jesus nicht angenommen haben, noch nicht angenommen haben, aber offen dafür sind, dann haben wir noch Ohren und Augen. Die Pharisäer dagegen haben verschlossene Ohren und verschlossene Augen, denn sie wollen gar nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist. Die wollen gar nicht wissen. Also, sie sagen auch, wenn Jesus die Wahrheit sagen würde, würde ich ihn nicht annehmen, dafür habe ich mich entschieden. Das ist sozusagen ein geschlossenes, verhärtetes Herz, das nicht geöffnet wird. Aber die Jünger, die haben ein offenes Herz, die haben Augen und Ohren, aber trotzdem haben sie Schwierigkeiten, das zu verstehen, was Jesus lehrt. Und das liegt ein bisschen daran, dass sie immer noch von diesem Sauerteig beeinflusst werden, dass sie immer noch sich an Rituale halten, heuchlerisch handeln, weil sie immer noch etwas mit sich rumtragen, diese Weltlichkeit, die sie eigentlich nicht mit sich rumtragen sollten. Und das ist immer so einfach zu sagen, aber so geht es uns auch. Also, wir wissen, was gut und böse ist. Wir wissen durch den Heiligen Geist, der zeigt uns ja, was wir tun sollten und was wir lieber sein lassen sollten. Aber trotzdem entscheiden wir uns meistens oder oft für das Falsche. Obwohl wir die Augen haben und die Ohren haben, egal ob wir hören können, ah, dass es was Falsches ist oder sehen können, das ist nicht der richtige Weg, gehen wir doch trotzdem manchmal den falschen Weg. Und hier in diesem Beispiel sind es ganz klar die Pharisäer, die sich an alte Traditionen halten, alte Rituale, die heuchlerisch daherkommen und so weiter und so fort. Und daran sollen die Jünger keinen Teil haben. Und ich denke, das war sehr verständlich. Ich hoffe, wenn nicht, schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ihr Fragen dazu habt. Hey, gerne immer wieder. Ich bin nicht allwissend. Ich bin nur ein einfacher Christ, der versucht, anderen Christen, die noch am Anfang ihres Glaubens sind, ein bisschen an die Hand zu nehmen, damit wir alle zusammen ein bisschen mehr Gottes Wort lesen. Aber das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, ja? Corey hier? Ihr da? Alles klar? Ich habe hier wieder irgendwo auf dieser Seite einmal die Playlist von allen meinen Markus-Evangelien und auf der anderen Seite habe ich nochmal ein Video über mein Zeugnis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.